Sie haben hier unterschrieben und somit einer Einweisung zugestimmt. Was? Mom, ich hab ein Problem. Da war dieser Kerl, der mich gestalkt hat. Mein Stalker ist hier. Wir können nichts tun, solange keine Beweise für ein Verbrechen vorliegen. Er ist hier. Oder ich bilde es mir bloß ein. Ich bin nicht verrückt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017